Vor wenigen Wochen ging Promi Big Brother zu Ende, besonders für Iris Klein war die Zeit im Container mit Ex-Peter Klein emotional. Nun verriet sie, wie es ihr aktuell ergeht. Iris Klein, traurige Beichte nach Promi Big Brother. Für Iris Klein, 56, war ihre Zeit bei Promi Big Brother besonders herausfordernd. Nach knapp acht Monaten Funkstille, traf sie im Container nämlich erstmals wieder auf noch Ehemann Peter Klein, 56. Der befürchtete Eklat blieb aus, stattdessen kam es hier und da zu zarten Annäherungen zwischen den beiden. Big Brother zwang das Ex-Paar nämlich gleich zweimal zur Aussprache. Aber auch abseits davon wurde die Katzenberger Mama immer wieder mal von den Erinnerungen an ihre Ehe eingeholt. Und weinte hier und da bittere Tränen. Wegen Peter Klein, Iris Klein macht nachdenkliche Zeit durch. Viele Promi Big Brother Zuschauer spekulierten sogar darüber, ob Iris Klein trotz ihrer neuen Beziehung zu Freund Thorsten möglicherweise doch noch Gefühle für Ex-Peter Klein haben könnte. Und auch ihre Containerkollegen Jürgen Milski, 60, und Manuela Wisbeck, 40, äußerten einen ähnlichen Verdacht. Obwohl beide ein Liebeskommeback ausschließen, beteuerten Iris und Peter nach dem Finale, dass das ganze Ehe-Drama nun endlich ein Ende haben würde. Dennoch scheint die Zeit vor allem bei Iris Kleinspuren hinterlassen zu haben. Vor wenigen Stunden teilte sie eine besorgniserregende Story im Netz. Weiß gerade nicht, wo mir der Kopf steht. Ich fang ja wieder ganz von vorn an, quasi bei null, so die 56-Jährige üben den aktuellen Umzugsstress. Im Anschluss teilte sie außerdem ein kurzes Video, das mit dem Song Sound of Silence unterlegt war, und fügte kryptisch Passt auf euch auf. Hinzu, und damit nicht genug. Bei einem QA wurde Iris Klein kurze Zeit später gefragt. Du siehst etwas unglücklich aus. Ist alles okay? Und ihre Antwort könnte kaum besorgniserregender klingen. Ich mache gerade eine sehr nachdenkliche Zeit durch und weine sehr viel. Oftmals wisse sie aber nicht, warum sie eigentlich so traurig sei, erklärte sie. Auf die Frage einer anderen Userin, ob ihr aktueller Gemütszustand etwas mit ihrem Promi Big Brother Aufenthalt zu tun hätte, gab sie zu. Es war in der Tat viel, viel härter als gedacht. Auch wenn ich schon seit Mai wusste, dass ich dort einziehen werde. Es war kräftezehrend ohne Ende, und ich bin immer noch erschöpft. Entgegen vieler Gerüchte sei sie aber nicht von ihrem Freund Thorsten getrennt. Ein User wollte nämlich wissen. Du siehst traurig aus, bist du noch mit deinem Freund zusammen? Und Iris Klein verriet. Ja sind wir, auch wenn wir oft getrennt voneinander sind. Er hasst halt auch die Presse, die Öffentlichkeit und Instagram. Bleibt zu hoffen, dass es Iris Klein bald wieder besser geht.